Ja, das hat mehrere Vorteile für die Jungs. Zum einen ist es natürlich, sie werden schneller und Schnelligkeit ist eine entscheidende Fähigkeit im Fußball heutzutage. Zum anderen werden sie natürlich kräftiger, stabiler, sind weniger verletzungsanfällig dadurch und natürlich können sie im Spiel, im Wettkampf, im Zweikampf besser dagegen halten. Ja, für uns Jugendspieler ist es schon wichtig, weil wir gut auf den aktiven Bereich vorbereitet werden und es ist auch verletzungsvorbeugend, sage ich jetzt mal. Und das Reha-Programm ist schon wichtig, auch für die Jugendspieler gerade. Ja, und von daher ist es natürlich sehr wichtig, dass wir so ein Programm haben, wo die Jungs einmal in der Woche im Athletikprogramm sind, dann auch bei Verletzungen schnellstmöglich wieder versorgt werden in der Reha. Und um das aufrecht zu behalten, gibt alle Gas, spendet was, damit die Jungs weiterhin bestmöglich trainiert werden können. Ja. Ja.